Schatz, ich verliere Sand. Und wenn man an ihm riecht, dann schläft man ein. Das rieselt so aus mir raus. Das ist keine Metapher. Ich verliere tatsächlich Sand. Das ist einfach kein Talent. Komm, ich merke es doch ganz genau. Aber das ist sicher, das ist nur eine Phase. Du musst mir helfen. Es muss irgendeinen Zusammenhang geben. Hilfe! Da rieselt etwas. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.